Ab dem 1. Dezember 2013 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt im Kreis Harburg. Das im Jahr 1898 erbaute Haus verfügt über eine Etage. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Carport-Stellplatz. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 850 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Die Dachgeschosswohnung